Hi Leute, ein kurzes Infovideo. Ich wollte mich entschuldigen, dass so lange kein Video kommt. Also bei mir war es so, als ich ein Video hochladen wollte und da habe ich auf Upload geklickt und dann konnte ich den Namen eingeben und dann habe ich immer auf Hochladen gedrückt, also geklickt, also ja, also mit dem Finger halt. Und dann hat sich das immer aufgehangen irgendwie, mein Handy ist dann immer abgestürzt und seitdem ich YouTube also heute vorhin aktualisiert habe, also geupdatet habe, geht das jetzt plötzlich wieder und ja, jetzt werden wieder öfter Videos kommen, das finde ich auch viel besser, weil GTA Gameplay, GTA V Gameplay 3 oder 4 oder so, das habe ich gerade hochgeladen und plötzlich ist es immer abgestürzt, also kommt das jetzt nicht. Also ist jetzt, wundert euch nicht, wenn jetzt ein GTA Gameplay fehlt, also wenn es jetzt gleich weitergeht mit dem vierten und dann fehlt das dritte, also wundert euch da nicht, wenn ihr auf der Playlist seid. Ja, okay, das war es von dem kurzen Infovideo. Also ich entschuldige mich wirklich, wirklich doll und wir haben jetzt schon fast, naja, fast ungefähr, ne, wie viel haben wir, äh, vier, ne, ja, 54 oder so Abonnenten und das finde ich richtig krass und dich, genau dich meine ich, danke, dass du mich abonniert hast, danke. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wieder Specials kommen und, ja, äh, den Kanal werde ich so weit führen, also später werde ich dann richtig mit Facecam und so aufnehmen, alles auf diesem Kanal, Hertha 2a. Ja, also schaut mal ein paar Jahren vorbei, da werde ich bestimmt schon über 10.000 haben oder so, also hoffe ich, hoffe ich zumindest, ja, hoffe ich. Ja, okay, tschüss.